Das neue Spiel der Pokémon-Macher wird drastisch anders, Hollow Knight Zirksong kommt noch mal später und dem Dark and Darker Rechtsstreit fällt jetzt auch der Release zum Opfer. Hossa Internet, ich bin drastisch derselbe und das und mehr gibt's jetzt in den News. Liebe Hollow Knight-Fans und damit auch liebe Natascha, ihr müsst jetzt noch mal stark sein. Denn Zirksong kommt jetzt ganz offiziell nicht mehr in der ersten Hälfte 2023. Auf Twitter bestätigt Matthew Griffin von Team Cherry, dass das Spiel inzwischen ziemlich groß geworden ist, die Entwicklung gut voranschreitet, aber man den alten Zeitrahmen nicht mehr einhalten kann. Mehr Infos soll's erst geben, wenn man sich dem Release nähert. Nur wann das jetzt sein soll, verrät Griffin nicht. Angekündigt wurde die Fortsetzung zu Metroidvania Hollow Knight schon 2019, einen konkreten Release-Termin hatte Team Cherry aber nie genannt. Da Zirksong aber ab Tag 1 im Game Pass enthalten sein wird, hat er in Xbox-Twee das dem Sommer 2022 nahegelegt, dass Zirksong bis spätestens Juni 2023 veröffentlicht wird, aber daraus wird jetzt wohl nichts. In Zirksong übernehmt ihr mit Hornet eine neue Spielfigur, die ein komplett neues Insektenkönigreich erkunden muss. Darin tummeln sich über 160 neue Gegnertypen, die Hornet mit flinken Nadelstichen und anderen Waffen bezwingen muss. Ihr Ziel ist es dabei, zur Spitze einer strahlenden Zitadelle zu klettern. Hollow Knight war zum Release 2017 ein echter Überraschungshit. Wir haben im GameStar-Test 86 Punkte vergeben, auf Metacritic steht das Metroidvania sogar bei 90 Punkten. Was es sonst noch zu Zirksong zu wissen gibt, haben wir euch hier im Vorschau-Video zusammengefasst. Game Freak kennt man vor allem für seinen Mega-Erfolg Pokémon. Zwar hat sich das japanische Studio in über 30 Jahren Firmengeschichte schon öfter an anderen Spielideen probiert, die Taschen-Monster konnte das Team aber bisher nie so recht übertreffen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt mit dem nächsten Spiel, denn Project Bloom wird wohl radikal anders sein als die kunterbunten Pokémon-Abenteuer. Zusammen mit dem Publishing-Label Private Division arbeitet Game Freak nämlich an diesem neuen Action-Adventure, das auf der ersten veröffentlichten Konzeptzeichnung deutlich düsterer als bisherige Spiele des Studios daherkommt. Darauf zu sehen ist ein einsamer Krieger mit Schwert und traditionellem Strohhut in einem sumpfigen Wald. Das Artwork kommt von Cosmo Coda, der unter anderem auch an Nier Automata gearbeitet hat. Entstanden ist Project Bloom aus der Initiative Gear Project, bei der Angestellte von Game Freak eigene Spielideen vorschlagen und ausarbeiten können. Während daraus bisher vor allem kleinere Spiele wie Tempo the Badass Elephant hervorgegangen sind, soll Bloom ein richtig großes Projekt werden. Deshalb holt man sich mit Private Division auch einen externen Partner dazu. Project Bloom soll eine komplett neue eigene Marke werden. Mehr Infos dazu gibt's noch nicht, aber das Spiel hat auch noch einen weiten Weg vor sich. Aktuell plant Private Division damit für das Fiskaljahr 2026, das vom April 2025 bis zum März 2026 dauert. Es gibt mal wieder Neuigkeiten zum andauernden Rechtsstreit um Dark and Darker. Nämlich, dass der ganze Twist jetzt dazu führt, dass Iron Maze den Early Access Start verschieben muss. An einer Nachricht auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels heißt es nämlich, dass man wegen dem laufenden Verfahren gerade nicht so viele Infos preisgeben kann, der Early Access Start jetzt aber später als zunächst geplant stattfinden wird. Einen konkreten Termin hatte Iron Maze zwar nie genannt, grob hatte das Team aber den April oder Mai als Zeitraum für den Beginn des Early Access geplant. Der fertige Release sollte dann im vierten Quartal 2023 passieren, das ist jetzt aber wohl nicht mehr realistisch. Iron Maze steckt nämlich mitten in einem Streit mit dem Publisher Nexon, der behauptet, sie hätten Dark and Darker nur aus geklautem Material von dessen eingestelltem Spiel P3 gemacht. Iron Maze widerspricht der Darstellung, ist infolge von Nexons Vorwürfen aber mit Dark and Darker von Steam geflogen und bekam Besuch von der Polizei. Inzwischen läuft auch ein Verfahren im US-Bundesstaat Washington gegen Iron Maze. Den letzten Playtest zum Spiel hatte Iron Maze nach dem Steam-Rauswurf deshalb auf ungewöhnliche Art durchgeführt, denn den Spiel-Client und sogar Updates dazu gab's nur über Torrent. In Dark and Darker tretet ihr im Dreierteam gegen andere Fantasy-Helden-Trios an und versucht in einer Art mittelalter Tarkov mit erbeutetem Loot wieder aus der Dungeon-Map zu entkommen. Schon der erste große Playtest war dabei auf Steam und Twitch ein Überraschungshit. Es sieht ganz so aus, als seien nicht nur eins, sondern gleich zwei Echtzeit-Strategie-Spiele zu Star Wars in Arbeit. Das geht aus einem Tweet von Games-Journalist Andy Robinson hervor. Der Chefredakteur der Website Video Games Chronicle wir nämlich erfahren haben, dass neben Respawn und Bit-Reactor noch ein weiteres Team an einem Star Wars RTS arbeitet. Robinson zufolge wurde dieses Geheimprojekt bisher nicht angekündigt, soll aber von einem Studio mit großem Namen kommen. Mit mehr Infos hält er sich derweil bedeckt, wir wissen also nicht in welchem Setting das Ganze spielt und für welche Plattform es erscheinen wird. Vielleicht wird das Projekt aber schon im Rahmen der Summer Games-Fest-Shows angekündigt. Etwas mehr bekannt ist da über das Star Wars-Strategie-Spiel von Bit-Reactor. Das neue Studio ehemaliger XCOM-Veteranen soll mehr auf taktische Gefechte ausgelegt sein. Angekündigt wurde das vom Publisher EA schon im Januar 2022. Das letzte waschechte Star Wars-Echtzeit-Strategie-Spiel war Empire at War von 2006. Wie man damit aber auch heute noch durch Mods viel Spaß haben kann, zeigen wir euch hier in einem Video. Star Wars-Spiele wird's in den nächsten Jahren übrigens eine Menge geben. Bei Respawn entsteht außerdem ein neuer Shooter, Ubisoft Massive arbeitet an einem Actionspiel, Quantic Dream bastelt an Star Wars Eclipse, Aspire machen ein Remake zu Knights of the Old Republic und auch die Uncharted-Macherin Amy Hennig werkelt mit Skydance New Media an einem neuen Spiel. Das niederländische Studio Guerilla Games feiert 20-jähriges Jubiläum und gibt dazu auch interessante Zahlen bekannt. Denn im offiziellen PlayStation-Blog erklärt das Team aus Amsterdam, dass sich die Spiele der Horizon-Serie bis heute 32,7 Millionen Mal verkauft haben. Forbidden West, die Fortsetzung von 2022, ist seit dem Release auf PS4 und 5 8,4 Millionen Mal verkauft worden. Laut Studio-Chef Jan Bart van Beek beziehen sich diese Zahlen auf tatsächlich durchverkaufte Spiele, nicht nur an den Handel ausgelieferte Exemplare. Außerdem würden dadurch auch nicht die Millionen an Leuten gezählt, die Horizon 1 und 2 über PS Plus ausprobiert haben. Van Beek bestätigt im Blog wenig überraschend, dass Guerilla Horizon weiter fortsetzen wird. So sei das Studio schon sehr gespannt darauf, wohin es Aloy nach der aktuellen DLC-Erweiterung Burning Shores als nächstes verschlägt. Wer Forbidden West durchgespielt hat, weiß natürlich, dass Aloy noch längst nicht am Ende ihrer Reise angekommen ist. Sehr wahrscheinlich ist es aber das Ende für Horizon-Releases auf der PlayStation 4, denn schon der jüngste DLC wurde nur noch für PlayStation 5 veröffentlicht. Es war ein ziemliches Hin und Her, jetzt biegt es Remake zu System Shock aber endlich auf die Zielgerade ein. Denn wie der Publisher PlayOn per Pressemitteilung meldet, hat die Immersive Sim jetzt den Gold-Status erreicht. Demnach soll man den geplanten Release-Termin am 30. Mai diesmal auf jeden Fall einhalten können. Seit der Ankündigung 2015 hat Nightdive Studios das Projekt mehrmals grob umgebaut. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne hatte das Team erst von der Unity zur Unreal Engine gewechselt, Dutzende Features erst entwickelt und dann wieder weggeschmissen. Und mussten deshalb den Release auch mehrmals verschieben. System Shock soll ein aufwändiges Remake des Sci-Fi-Originals von 1994 werden, das damals von Looking Glass entwickelt wurde. An Bord der Raumstation Citadel stellt ihr euch als namenloser Hacker der bösen KI-Showdown, Robotern, Cyborgs und anderen fiesen Sci-Fi-Viechern. Vorerst kommt System Shock nur auf Steam im Epic Games und im Windows Store für den PC. Versionen für Xbox und Playstation sollen erst irgendwann später folgen. Und das war's schon wieder mit den News für heute. Danke euch fürs Einschalten. Gebt uns doch gerne ein Abo, wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt. Kostet nix und sorgt dafür, dass unser Zeug direkt bei euch in der Abo-Box landet. Außerdem haben wir für euch dieses Video zur Maurice-Strategie-Überraschung Mechabellum oder das hier. Die News gibt's wieder morgen. Bis dahin, weiterspielt! Da und bissegültig. Bis dann! Bis zum nächsten Mal! Bis dann! Bis dann!